Hier ist der Riemen. Sieh dir den doch einfach mal an wie beim Kindergarten-Rucksack. Unten einklicken in die Schnallen und in die obere Schnalle hier einklicken. Jetzt helfe ich dir noch ein bisschen. Jetzt wollen wir die Riemen noch ein bisschen enger stellen. Und jetzt kannst du das einfach einklicken, so die Kassette. Du musst hier oben erst noch den LOX-Knopf einklicken. Jetzt kannst du die Balkhalter öffnen, einmal oben und hinten. Du musst hier sehen.